Hallo und Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Saints Row 4. Diesmal bin ich leider alleine. Bob, ne, mein Hulk-Malay habe ich jetzt gespeichert. Ich habe nämlich noch ein paar andere Charakter. Die zeige ich nicht alle. Hörst du mal auf mich zu schlagen, Mann! Oh, ein Baseballschläger. Jetzt habe ich einen Baseballschläger. Supi! Ah, scheiß Bulle, nervt mich nicht. Okay, wir wollten hier eigentlich erstmal einen dieser Dinger noch übernehmen. Wir machen wirklich noch eine Übernahme von so einem Ding, weil ich bin hier jetzt nicht mehr da. Und generell wollte ich euch auch noch andere Minispiele zeigen, weil ich zeige, ein Minispiel mache ich einmal, so wie Sicherheitslöschung zum Beispiel oder Virus-Infektion. Mache ich nur einmal, denn wie ihr seht, ich habe jetzt schon alle Läden gehackt. Die waren einfach bis ultimativ schwer. Schwer? Ne, Tempospaßung. Ah, Chaoslauf habe ich noch nicht jeden gemacht. Ich habe jetzt jeden Chaoslauf, den ich gemacht habe, auf Gold absolviert. Ist gar nicht so schwer, wenn man nämlich alles abgegradet hat. Da fliegt man durch. Ich habe auch jeden Sicherheitsbetrug mit Gold abgeschlossen. Und deswegen werde ich auch noch einmal den Sicherheitsbetrug euch zeigen, wie man das am besten macht. Nämlich ich habe festgestellt, wenn man einfach schnell läuft und sich dann hinfallen lässt, dann schleudert man so durch die Gegend. Finde ich geil. Ah, hier ist ein Hotspot. Ich brauche auf jeden Fall einen Hotspot. Und ich brauche irgendwann, brauche ich einen Koop-Partner. Wenn sich jemand freiwillig meldet. Wie Todesmarkierung zum Beispiel. Oder Katz und Maus. Ich brauche dafür Koop-Partner. Damit ich das machen kann. Denn ich will das... Warte mal. Da bekämpfe ich einen Freund im Koop. Hauptsache dieses Ding verschwindet dann da. Hier in Entführung. Ah, ja, okay. Das sind auf jeden Fall alles Sachen, die ich noch machen muss. Ich zeige es so wie euch... Wie schon gesagt, zeige ich nur einmal dann. Ich habe jetzt noch den Hulk Mali-Verschnitt. Den will ich aber nicht mehr so oft benutzen. Ich sollte mal langsam irgendwo hin. Nur wohin? Wo ist das Gateway? Ah, da ist das Gateway. Denn es gibt eine Motion, wo ich ins Gateway muss. Mit Pierce sprechen. Ach, mit Pierce hab ich schon. Mit Keith, glaube ich. Weiß nicht. Ich habe übrigens schon jeden Turm erklommen. Also alles, was ich schon gemacht habe, habe ich... ...abgeschlossen, bis auf die Chaos-Rennen halt. Die habe ich noch nicht alle abgeschlossen. Deswegen wundert euch nicht, dass ich ein bisschen overpowered bin jetzt, weil... Ist halt so, dass ich mal ein bisschen level, dass ich ein bisschen nebenher mache. So, hier habe ich keine Superkräfte. Und auch keine Waffen. Ich kann noch nicht mal auf Waffen zugreifen. Ah, hier ist meine Crew. Also, wir sind irgendwie... Ich könnte mir vorstellen, dass es doch noch einen weiteren Teil gibt, dass man andere Planeten übernimmt. Und dass man da wieder eine Rasse aufbauen wird. Das wird dann der fünfte Teil. 100 pro. Oh, wo sind jetzt meine Leute? Hallo? Keith? Habe ich eine Karte von diesem Gebiet? Nö. Ach. Kinsey! Hm, mit Kinsey flirten. Hey, Kinsey, what the fuck? Oh. Was zur Hölle? Was war das? Okay, okay, okay. Alter! Alter! Triff dich mit Kinsey auf dem Schiff, jo. Habe ich gemacht. So, welchen Auftrag habe ich denn da noch? Initialisiere den Brixton Virus Injektion. Triff dich mit Keith auf dem Schiff. Okay, Keith David. Mit dem flirte ich nicht. Wenn er die Optionen gibt, flirte ich mit ihm nur als weiblicher Charakter. Ich hoffe, man kann wirklich mit jedem Charakter flirten, Romanzen aufbilden. Es gibt es ja sowieso Romanzen hier. Und Missionen dafür gibt es wahrscheinlich auch. Das ist... Was denn bist du? Du bist eine Gummipuppe. Warum fliegst du das Teil? Meine Fresse. Wir haben komische Piloten. Keith! Ah, da bist du. Nee, 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 nee. Ich habe mit ihm gesprochen. Ziel erreicht. Löff dich mit Keith auf dem Schiff. Gut. Wir können natürlich mehrere Charakter freischalten da. Ist klar. Selbst Johnny! Fucking Get! Könnte man sagen. Es ist Get! So, was gibt der uns? Weile dich. Durchs System zu kommen. Rende das Rennen. Ah, okay. Ähm. Spiel mit deinen Kräften. Initiere die Brickstone-Virus-Inhibition. Hm. Herausforderungen habe ich 8 erledigt. 12 muss ich. Für Rabatt für Bekleidung. So sinnlos. 61 gibt es insgesamt momentan. Wow. So viel. Okay, dann machen wir doch mal was. Ähm. Okay. Ich wollte sowieso nur mit den beiden reden. Flirten tun wir mit dem nur, wenn wir jetzt, äh, halt... einen weiblichen Charakter haben. Ich bin doch nicht schwul. Oh, kann ich etwa auch mich dahin teleportieren? Aber ich kann von Portal zu Portal reisen. Na super. Aber ich will erst mal, ähm... Das Rennen. Ach, das ist das. Jo. Mach ich. Na, na, mach. Äh. Wo ist denn jetzt so ein Hotspot? Wir wollten ja einen Hotspot machen. Da ist einer. Machen wir den gleich als erstes. Bevor wir das Rennen machen. Erinnerst du die Zeit, als du die Protestanten in Boise hattest? Es ist so. Wo. Na ja, ich brauche ja eh keine Dinger mehr. Oh, yeah! Obwohl ich jetzt das hundertste gesammelt habe. Habe ich hundert solcher Dinger? Was soll ich denn damit? Egal. Woho. Also Outdoors brauche ich schon gar nicht mehr. Oh. Jetzt bin ich im Rennen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. 15 Sekunden muss ich... Brauche ich für Gold. Ist doch ein Klacks. Wuhu. Das ist doch nicht schwer. Ist das nicht schon das Rennen, was wir gemacht hatten? Tatsache. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Piss dich, Auto. Wohwohwohwohwohwohwohwohwohwohwoh. Ich lauf hier ungewollte Abkürzen. Zungen. Juhu! Und Gold! Was? Wollten die gerade We Will Rock You sagen? Jawoll! Chaos Love! Erfolgreich abgeschlossen! Restzeit 28 Sekunden! Uh! Asus war schon... Mission abgeschlossen! Ziel erreicht! Einer von Zinyaks Lieuten... ... ist wie eine regularer Person in der Zinyaks. Geh es! So bin ich viel schneller! Na gut! Aber das ist ein bisschen langweiliger! Ich habe schon geile Autos gemacht und ich kann sie nicht nutzen! Naja egal! Aber ich habe genug Ausdauer um dahin zu fliegen ey! Sicherheitslöschung! Was? Ich mache jetzt... Sicherheitslöschung? Oh cool! Ich wollte sowieso neben Missionen machen! Warte! Da ist einer! Und... Bam! Da ist es! Da ist der Ziel! Das Ziel! Und... Bam! Oh! Der hält einiges aus! Dann nehme ich mal... Die Entführung! Warte! Und tschüss! So macht man das heutzutage! Und nehme ich mal die Wasserpistole! Ist cool! Das sieht mehr aus als eine Wasserpistole! Ich glaube das war so ein, so ein, so ein... Ah jetzt muss ich wieder zurück zum Portal! Vorher aber! Will ich diesen Hotspot... ...lösen! Und ich habe den Hotspot! Du hast meine Votation. Komm schon bei den Hotspot, wenn du bereitst du zu mir! Ah! Ah! Mann! Das war so gut! So Scheiße Na komm Stirbt Oh man Oh den hab ich kaputt gerempelt Schießt noch jemand Oh man Komm Stirbt Und So Bastard Und Yeha Woll So macht man heutzutage Gegner fällig So kann ich jetzt mich drum kümmern Ähm So Ich aktiviere die Generatoren Anderen Hotspots kümmere ich mich dann einfach Auf Camp Man Man Das sind einfach zu viele Momente Ich hab's Kommt Auch da Wo sind die Gegner Ach, der schießt schon runter. Scheiße, der braucht mich. Runter mit dir. Alter, scheint jemand stärker zu sein. Stirb, Scheiß-Statue. So, kommt noch ein bisschen, jawoll. Jetzt fehlt nur noch einer. Ich glaube, ich sterbe. Nein, nein, nein. Ganz ruhig. Ah, Mist. Das ist nicht wahr. Das sind zu viele. Das sind zu viele. Einfach zu viele. Wo haben die mich jetzt hingeschickt? Den Hotspot. Muss ich... Bin ich schon stärker? Und sowas. Da mache ich es eben so. Ich habe doch die anderen auch keine Probleme. Oh, hier. Oh, ein bisschen. Oh, ein bisschen. Ach, Scheiße. Der hat mich gestört. Dörrt. Oh, nein. Jetzt schon fast tot. Was zum... So, und jetzt verpist du euch. Ah, der ist noch. Meine Waffe habe ich auch ein bisschen abgegradet. So, jetzt komm. Komm. Lass dich nicht unter... Oh, Mann. Hinterlass doch mal was. Immerhin sterbe ich hier. Oh, super. Und jetzt deaktivieren. Komm, 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 komm. Ah, jawoll. So, jetzt der nächste. Oh, start says le. Oh, Mann. Oh, komm, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh nein Ist er tot? Jawohl Da gibt es noch zwei Ich hoffe die sind ruhig Kommt einer Was ist das? War das eine Kugel oder? Alter Der hat auf jeden Fall viel hinterlassen Naja Einiges Sagen wir mal so So Hap Hap Ah Jawohl Hap Nein 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 Scheiße Nein Sagen Das war knapp Hinten was schießt da volle Kanne auf mich Scheiße, die haben Superkräfte Oh Mann Jawoll Wo ist er? Sind aber noch welche Aber ich deaktiviere mal das Teil Ist ganz schön heftig Alter, die Fliegen Scheiße Alter Alter, ich habe keine Chance Ne Komm Also Ohne Selbstheilung bin ich nichts Ich muss das Ding deaktivieren, aber wie soll ich das schaffen? Ich bin da Ich bin da Ich bin da Dynamic ласт Ich habe Mann Ne Leute Sorry aber Hotspots Ihr wisst wie es geht Also die mach ich nicht mehr Die mach ich nur für mich Und quäl mich da durch Oh Also bis zum nächsten Mal Bye bye Euer Svinita